Ich denke, man sollte immer schauen, dass man immer guckt, dass man sehr ehrlich mit sich ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man den Dingen positiv gegenübersteht, dass man versucht, immer auch die positiven Dinge aus den Dingen herauszuziehen und dass man immer weiß, dass man selber immer seine eigene Wirklichkeit kreiert. Also, dass man nicht immer schaut, dass man sich so abhängig von anderen macht, sondern dass man einfach sehr, sehr, sehr viel selber in der Hand hat und dass man immer sein eigenes Leben eigentlich selber kreiert und dass man auch dafür verantwortlich ist. Vielen Dank.